So Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Leech of Legends, ja, wir spielen heute, ja, wir spielen, ähm, Wayne Toplin, nicht wundern, in unseren Gold-Chromos, äh, die Gegner haben eine Gold-Pier-Ash, eine Silber-Zwei-Lux, Silber-Zwei-Greis, eine Gold-Fünf-Riven und eine Gold-Fünf-Eco. Ich glaube, er hat noch eine Gold-Eco gespielt, von daher glaube ich, das ist offensichtlich. Wir haben unten Silber-Silber-Vier-Dragon, äh, Gold-Fünf-Velkos, Gold-Fünf-Xym, Gold-Fünf-Teil, ja, auf dem Fall haben wir eine viel bessere, äh, Ding, wie heißt das, Team-Elo, aber egal, unser Welkos war letzte Season-Plane, Martin vielleicht, weil er einfach nur FK oder ich weiß nicht. Er spielt Velko-Support, sehr interessant, okay. Mal sehen, was daraus so wird. Mal sehen, was daraus so wird. Ich bin grad ein bisschen mad wegen uns um den letzten Team-Rank-Game, aber das macht nichts. Passt. Wir haben eine höhere Win-Rate, um 0,2%, wundert mich jetzt ein bisschen. Mal sehen, was die Riven so... Riven hat 3,5, okay, nur Riven. Riven wird das, was vielleicht wird. Mal sehen. Riven wird das, was vielleicht wird. Mal sehen. Ja cool, ist auf jeden Fall sehr nervig, aber Arie ist auch ein sehr poke-lastiger Champions League. Man sieht, die poke sehr viel poke-lastig. Ich habe hier neue Wetter gefunden. Und ja, machen wir die In-Game-Musik. Richtig ist an. Machen wir die Dings lauter. Da spammt keiner Ping an. Okay, so passt es. Mach weiter weg auf der Welt. Oh, das ist richtig gefährlich. Also ich glaube, er wird sehr aggressiv spielen. Es ist richtig gefährlich, was er hier macht. Merk's mal in der Kühe. So. Die fängt mir 20, hatte ich weniger an, ich habe 20 Mana. Obwohl, ne, mein Mana fiel sich auf. Doch, die starten ein bisschen nach wie wenig. Hat sie die Pure Regenheit. Ne, unten Dorant. Okay. Jetzt back. Wenn die jetzt mit den Wölfen anfängt. Okay, ja. Oh, das war gar nicht. Oh, das war gar nicht. Oh. Gut. Wenigstens das. Oh, Mann, Alter. Ich hab schon nicht hin. Ich hab schon nicht hin. Ich hab schon nicht. So ne Kacke gewollt. Egal wie es aussieht, hat sie den Grund nicht gemacht. Ich hab nicht gehört. Alles gut gedauert. Wo sieieß. Er faites con auf пс Life angst. Wie ist dein Verbot? Das war's für heute. Good job. Leicht jetzt einiges wieder aus. Den Flash. Der Flash war meine letzte Möglichkeit zu entkommen. Weil ich versuche, ich wäre eigentlich nicht tot hätte ich mir nicht gemacht. Weil die Szene hat dies hinterher geflasht. Ich glaube ich gegen den Riven machte ich nicht. Oh. Ich habe die eh nicht gespielt. Habe ich nicht gesehen, das hätte ein Fehler sein. Okay. Okay, den Verhandlungen nicht. Oh. Wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht schlecht haben. Oh Mann. Ich kam grad nicht sehr gut. Na mach mal bitte das Internet aus. Ja, meine, meine Mama ist öfter. Im Handy ja nicht. Ich will es sagen, falls ihr um die Internetanbietung sucht, etc. Ja, ich kämpfele euch auf gar keinen Fall. Ihr seid okay gekommen. Auf gar keinen Fall. Wenn ihr gut seid. Ich will jetzt auch nichts sagen. Nachher werde ich noch mal mitgekommen. Kein Plan. Ja. Die Dunkelheit sollte nicht fürchten. Ja, Leute. Ich habe nur gebeten, nicht einfach zu fließen. Ich ziehe die Ecke und Kark. Wohl Kark ist halt nur 20. Ich will es dann lieber auf. Ah, das war nicht klar von mir. Lol. Du bist ein bisschen mehr von unten. Du bist ein bisschen mehr von unten. Du bist ein bisschen mehr von unten. Alter, mein Farn ist echt grauenvoll. Coolen Gaten. Ich bekomme die gehörten. Ich piegaste mich. Weil nicht so, die gjörände. Wenn nicht so echt. Naja. Ich erlöse Sie von Ihrem Schmerz. Aber wenn wir auf den Gold kommen müssen wir nicht die Schmerz erhängen. Ah! Oh wow. Wow. Genau. Und so schnell. Bitte. Ja. In der Dunkelheit werden alle auf die Wache stehen. Jetzt geht es gleich bisschen die Wege. Ich fälle das Urteil. Der Rot ist vorbei. Soll sie die Ulti aktivieren. Ich rieche schwarze Magie. Sei auf der Hut. Und der Dunkelheit wird alles offenbar. Ich rieche. Ich rieche. Ich rieche. Nice. Ich rieche. Man muss die Schatten töten. All night. Und all night. Scheiße. Nein. Ich dachte, sie überlebt. Ich dachte, sie überlebt. Ich denke, ich kille die Männer. Ich schicke mal zusammen. Und hier werden die Leute sich hin. Gegen die Leute sich hin. Die Doppelheil. Die Doppel sind gefallen. Das war richtig weit von mir, das war richtig weit von mir, das war richtig weit von mir, ich hab wahrscheinlich die Filme, die er zieht jetzt, obwohl ich kann gar nicht sein. Ich hab das noch schlecht von mir, das war ein Gefühl, das war richtig, das war richtig, das war richtig, der Wettbewerber. Ich versuche die Welt jetzt reinzupuschen. Ich habe die überlebt, ich habe keine ultime überlebt. Schade, schade. Ari, Lüge bist da wieder rein, du musst doch rein. Ah, nice. Ich erlöse sie von ihrem Schmerz. Sorry, ich bin auch 3 Sekunden. Ich bringe dich schnell zurück. Let's check down the rhythm. Oh nein, Alter. Nein. Mein Dutch war so wert. Schießt weiter links. Ja, meine Schuhe. Ich kaufe jetzt erstmal Schuhe. Oh nein, Alter. Nein. Nice. Oh, nicht gut. Lux support. Das ist doch ein richtiger Trollmate. Ja, kann jemand. Fight Neutron damit. Ari ist wieder zu weit draußen, meiner Meinung nach. Er korrigst mich auch richtig auf richtig okay, Jan. Jetzt verdienen wir mehr vor. Top lane Miss. Top lane Miss. MAH, mach mal bitte das Internet aus! Ich hasse es, wenn meine Mama hingeht. Sag nur deutsche Felix. Ich erlöse Sie von Ihrem Herzen. Okay. Sofort er kriegt. Oh man. Es sind eigentlich geistlich behindert. Ich hab den so oft gebeten, mir zuhören. Ja, jetzt darf der nicht mal in Top Tower. Xen, was machst du? Jetzt kannst du deinen Red machen. Was machst du so sofort in der Mitte? Ich hab, hab ich jetzt gerade ge... Ah, nein, das habe ich gesagt. Ich hab gerade gebeten. Ich hab die Riven. Ich hab die Riven. und ja wenn ich das schreibe und Zeit der wird als kein Geld mehr hatte gegen mit manche auf mit Lenz umgekehrt werden hat er nicht mal kommt Alter, ich reg mich über sowas richtig auf. Was fightet ihr die ganze Zeit in der Mitte? Mann, dieser Borderline ist richtig. Ja, Gank, wenn ich schnell auf der Lange bin, dann sagt er ja, er war halt auf Gank. Ich bringe dir schnell hinzu. Man muss die Schatten töten. Ich rieche schwarze Magie. Man muss die Schatten töten. Ich bin sicher. Nice. Der Ecke für Ecke wird leicht gefühlt. Kann sie da! Lauf doch da einfach hin! Ich kann für nichts tun! Geil, good job, wenigstens das. Ich freu mich immer auf einen Phantom-Tänzer, der fängt mich auf. Ich höre die Unzuldigen aufschreien. Ich hätte ihm sogar noch einen Hit geben müssen, da hätte ich kein Kill bekommen. Ich freu mich den auch wirklich. Der nächste Ecke hat richtig gebetet. Er hat schnell genug geworfen, wir hätten beide überlebt. Hätte unser Teil auch schnell genug geworfen. Nein! 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 Ich habe das nicht gelesen. Nein! Nein! Oh Ich rieche schwarze Magie. Ich habe den Tower nicht geschafft zu retten. Ich wollte den Tower. Egal. Ich habe den Tower nicht geschafft. Ich habe den Tower nicht geschafft. Ich habe den Tower nicht geschafft. Okay. Eke macht halt richtig die Schreien, ich freu mich schon, wenn er genervt wird. Ich würde den Taptauer nicht verlieren. Ich hab doch den Red Push gebringt. Ah ja. Es ist so geil, es ist so geil. ok auch hier Hm. Ja, ne. Das ist so, wenn du auf die Kette ihre Olze gefällt, dann wird es tot und du kannst... Gigi. Oh mein Gott, warum bin Gigi? Ich hab hier noch ne positives Zeit, ich hab echt... Es gab Spiele, die ich richtig bad gespielt hab. Und es richtig am Leben war. Nun ja, so bin ich, ihr kennt nichts. Und ja. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.